Und ich merke, das hat mir jetzt nichts gebracht, wo ich hier gerade bin. Denn ich bin schon wieder hier vor. Ist richtig. Dann kann ich auch gleich so machen. Haha. Hahaha. Oh mein Gott, ich will doch einfach noch ins Dungeon rein. Ins Dungeon. Ich will hier nicht fertig gemacht werden. Die Bäume sind seltsam. Ich mach mal hier Angst. Wo kommt man hier hin? Da war doch auch irgendwas Spezielles. Kann ich mir auch noch dran nennen. Was bist du für eine? Will you try to find it for me? Yes. Dann werde ich dir meine Schubel geben. Good luck. Ich baute eine Schubel. Du kannst in vielen Pläten schlafen. Du wirst nie wissen, was du findest. Und klar, geliehen. Die hab ich jetzt geklaut. Und ich drück schon wieder die falsche Taste. Und äh... Boom-Dingens hat er die vergraben, sagt er. Äh... Äh... Ich glaube in der Overworld kann ich cheaten. Äh... In der Lightworld meinte ich. Oh, schon wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt zeig mir. Äh... What the fuck? Ich hab nichts gedrückt. Oh mein Gott, ich hab'n rosanen Hasen auf dem Kopf. da oben hüpfte noch was ich verstehe es nicht schon wieder falsch das ist auch jetzt einmal noch einmal noch ich gucke jetzt hier ich verstehe es nicht wirklich ich kriege euch ich kriege euch ich kriege alle so dann einfach mal noch zwei dreimal testen und wenn nicht dann nehme ich einfach die schaufel mit reicht mir auch sag mal wo hast du die pisse denn die vergraben sag mir doch einfach hoschi alter alter Achso, ich hatte ja, was mir gerade so einfällt, ich hatte ja in meinem anderen Video gefragt, ob es irgendwelche weiblichen Zuschauer bei mir gerade gibt oder so und ich habe dann mal bei YouTube Insight geguckt, dieser neuen Funktion, da kann ich ja alle wichtigen Daten davon checken, über meine Videos und über meinen Kanal und so. Also, in was für Prozenten meine Videos angeguckt werden von Mann und Frau, die Anzahl Männer, also in Prozent beträgt 100%, die Anzahl Frauen beträgt 0%. Also, alle die meine Videos angucken sind komplett nur Männer, beziehungsweise welche diesmal werden wollen. Im Alter von 13 bis 18, nee, 13 bis 17 glaube ich war das, sind es 70% und 18 bis 24 sind es 30%. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch noch so viele sind. 30% in dem Alter. Respekt, alle die, oder ihr habt nur 18 Jahre alt angegeben, weil ihr irgendwelche Videos sehen wollt, die ab 18 sind oder so. Aber falls auch wirklich eine 18 bis 24 sein sollte, könnt ihr sich doch bei mir melden, ich würde mich sehr drüber freuen. Well, howdy. Also einfach nur so aus Interesse. Äh, äh, was nochmal, äh. Well, howdy, Lightworlder. You look like a straight shooter. Want you try your skill in my shooting gallery, I'll give you 5 shots for 20 Rupees. Äh, if you're as sharp as I think you are, you stand to rake in the Rupees. How about it, stranger? Play. All right. Aim carefully. Ready? Go. Aber was soll ich treffen? Also die Hände schon mal nicht. Alles klar. Oder auch gar nichts. Äh, äh, nochmal. So, komm jetzt. Jetzt geht los hier. Fuck. Müsst. Mensch, ey. Ah, komm. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Alle guten Niggas sind 3. Los. Oh, alle guten Niggas sind 4. Los, jetzt hier. Ich will zacken. Voll in die Fresse. Haha. Setze ich hierzwischen auch noch Save States. Nochmal. Yeah. Ach, er klopft da irgendwas. Ich wundere mich schon. Soll das jetzt immer Geräusche sein. So. Oh, was mache ich denn hier? Der ist Save State, sei Dank. Oh, da, da, mach eine hier. Na, komm. Ah, jetzt, 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 jetzt. Fuck. Zu früh. Ich hab's gespürt. Äh, zu spät. Einmal noch einmal, oder komm. Ne, was heißt ja einmal noch? Ich muss die zwei noch treffen. Die zwei Pfeile. Ich mutter. Ja. 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 Was sagst du jetzt, Digga? Willst du shooten wieder? Gut. Well, little partner, you can turn yourself right around and leave the same way you came in. See you later, have a nice day. Jo, schade. Ich dachte, ich krieg noch mehr als diese hässlichen Rubine. Was sag ich denn damit? Wenn ich nicht ein Meister schütze. Ich hab alle weggehauen. Ich hab alle verwandelt. Hä? Soll ich jetzt wieder so ein Overworld Dark World spielen? Spiel spielen? Nö, ne? Nö. Doch. Nö. Bringt mir ja nichts. Oder? Nö. Ach so. Oh. Stimmt. Ich kann ja hier einfach hinzu. Willkommen in der Treasurer-Field. Der Objekt ist, dass du so viele Hohen in 30 Sekunden steigst. Äh. 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 Any Treasures you dig up will be yours to keep. It's only 80 Rupees to play. What do you say? Klaro. Dann werde ich dir eine Schöpfle geben. Wenn du es in der Hand hast. Start digging. Press the Y-Button. Sieg mal. Sieg mal.